So, wir kommen wieder zu Back to the Toon. Unser Doom for Doom Let's Play. Okay. Aha. Ja. Wir machen wir. Wir ziehen wir. Ich hoffe, wir waren noch bei Level 10. Jetzt habe ich gerade meine Datei falsch benannt. Es sieht gut aus. Okay. Okay. Aha. Wow. Alter, hier wird man gleich sofort von allen Seiten wachstum, Alter. Ähm. Ja, ich muss was zur Hölle. Ach, wir haben gerade noch ein Schuss vor die Pusse geblieben. Oh Gott. Okay. Komm. Fuck you. 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 Oha, okay, es lichtet sich langsam. Ah, das ist schon viel ruhiger als gerade eben. Gott. Hartzloch. Nee, ohne. Da. Puh, geschafft. Gott, dammit. Speichern. Sofort. Danke. Bitch. So. Hier geht's noch nicht rein. Hier können wir noch gar nicht hin. Hier können wir nicht rein und müssen wir runter. That makes sense. Danke. Aha. Gut. Oh. 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 Oh, come. Wo ist er denn? Atta. so ja hab grad verzweifelt versucht nachzuladen aber das würde ich nicht gehen Alter, schon wieder Boah Sobald Bitch, please Nein So Komm, komm, alle weg, alle weg Go out Aha, ja Geht doch Ist immer noch lustig, ich hab ihn grad in die Luft gejagt So 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 Ja, denn Uuh, ich kaffee Oh Meine Bruder Ah Bullshit Ist er weg? Oh Oh Na komm Mhm So Achso, hier ist er Super Gut Okay Das sieht doch gut aus Bam Mhm, ah ja Boah, alter Ah Was? Mhm, da geht's runter Hallo Wow Oh, hier geht's nicht runter? Ich will direkt runter springen, oder was? Ah, super Na komm Oh Papi Papi Oh fuck Kommst du Papi? Ach du Scheiße Oh man, alter Ruhe Lass mir Ruhe Oh, okay Perfekt Oh mein Gott Oh mein Gott Ach Noch mehr? So Was wäre jetzt hier unten die Mission? Was soll ich jetzt hier unten machen? Hä? Ich kann doch hier unten nicht vollkommen gesund gewesen sein, muss es nur fast geben. Die Karte habe ich nicht aufgenommen und sonst gab es hier auch nichts. Oh ja, wer weiß. Hier ist auch noch eine Kür. Wow. Komm noch. Komm noch. Oh, Scheiße. Fuck. Komm her. Aber siehst du, wenn man so, wenn man so das Wünsche wieder bruteltum gespielt hat und ein bisschen alles möglich hat, dann macht das auch viel mehr Spaß. Boom. Oh, okay. 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 Gut, gut. Oh, wir müssen so. Ich sehe ihn gar nicht. wo bist du denn er 80 über die schon wieder von alleine eröffnen ist ja nett danke das ist so scheiße dunkel drin da kommst du da kann man sich ja gar nicht konzentrieren ja so hatte ich hier nichts Hilfe Woah Danke Wow Komm Geh auf Geh auf Holy moly Wow Wow Schon wieder dieser Bruneintopf hier Watt, 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 watt Spürfalt Oh, der Klapp ist gestorben Ah, sieht du das So, da unten ist ein bisschen Rüstung Hä, war das nicht Ja doch, das ist der Bereich vorgekommen Wow, damit der Rüstung jetzt hier voll gelohnt Oh, danke schön Da ist noch nichts hier, gut, da geht man da hin Wow Fuck 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 Waaaah Ja, Kacko Demon Ja, Kacko Demon Ich hab doch noch Rüstung Ach, Dolce Komm, geh auf Das Jawoll Was gibt's hier, was gibt's hier? So, was gibt's hier? Ah, der Diffenschalter Was war's? Oh Warme Oh, weiter Was gibt's noch? Was gibt's noch? Hab ich den noch genommen? Ja, hab ich Oh, schnell Bevor das Held abgelaufen ist Wo muss ich hin? Hier ist nichts mehr Ist gut Komm, geh runter Geh doch runter Alter 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 So, da ist das rote Tor, genau So Oh, scheiße, was hätte ich glaube ich abgelaufen Oh Bullshit Gut Aha Dann machen wir mal hier aber kaum noch was Über die hier Fuck Shit So So Man muss schon sagen Direkt verglichen mit Brutal Doom oder Project Brutality Ist jetzt hier viel einfacher Ich meine Die Monster dropen Also Gibt zwar ein bisschen mehr Schaden Aber Dadurch, dass sie immer wieder Leben dropen und sowas Kann man hier Oder Wollt man hier nicht Gefahr leer zu laufen Was Leben an so angeht Man merkt da Sobald man von so einem großen Monster erledigt wurde Kann man es relativ einfach Hello Ich wollte es ausmerken, wie eine Kuh ist Fuck Wow War weg Alter Ich hab das Cool Was Jett War weg Was ist Für mich Was ist Wohin Wohin War weg War weg War weg Was ist Wohin War weg ja alter später das war heftig so wir haben die blau und die rote das was blau ist sag mal wo kommst du denn her oh Mist hätte ich eigentlich noch melken können die Kuh so hier ist blau danke sehr lieb von dir oha oh da hinten sind die paar böse Mände kicken ach man alter alle gegen was ich glaub's nicht das ist doch Bullshit fuck fuck okay das da das war boah 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 ey hier wüsste ja von vielseiten Geld hatte ich angegriffen deutlich fliegt nett okay wow fuck wow scheiße weg man alter ich brauch die scheiße nicht ich brauche Leben okay jetzt ist gut aus Ende alter immer das was man braucht kriegt man nicht ja ja verstehe im komm ernsthaft auch mal im komm ernsthaft da ist doch gar nicht nur ich habe hier oder was wo hat m Alter! So! So! Ah, da leh ich ihn nicht! Danke schön! So! Gut! Sieht das mal gut aus! Speichern und Käppchen trinken! So! So! Äh, da! Mhm! Dankeschön! So, von mir kam es noch was! Oh ja! Gut, ich brauche erstmal nichts! Ah! Secret! Sehr schön! Äh, ja, ja, ja! Was? Scheiße! Wow! Ist auch ein Teil der Wett, die ich wieder nicht sehe! Okay, bin ich falsch rum! Äh, ich sehe nichts! Ich weiß nicht, warum ich wohl schon laufe! Hallo! Fuck! Da! Ja! 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 Da! Ja! 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 Gut, was habe ich schon für Waffen? Ich habe... Hologram, dann diese Kaboombing und das. Gut, ich versuch mal. Na komm, komm, komm. Ah, war das schon mal gar nicht mal so schlecht. Genau, du musst weitergehen. Fuck! Nein. Hallo. Fotze! Eigentlich hätte ich dich melken müssen wie eine Kuh. Ah, scheiße. Das wird eine Kacke. Diese Viecher sind aber auch echt ganz schön lästig. Huh? Fuck! Das wird eine Kacke gemacht. Auf geht's. So. 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 komm jawohl danke schön das war ja gerade schon ganz schön oder so noch einer oh gott der hat mich also schon abgeschossen ja genau wie jetzt er hat wie ich hier von hier in die ja pitch juhu er ist weg so ist da noch was aber doch hat er noch einer alter ich glaube nicht Bitch! Gut, ok. Speichern wir mal und gehen mal raus. Hä, ich komme ja eigentlich raus. Ok, achta. Noch ein Schalter? Wow, ein Schalter ist ein Schalter. That makes sense. Oh, fuck! Holy moly! Äh, ich höre was! Oh, fuck! Nein! Nein! Leute! Alter! Auch kriege ich keine Rüstung! Doch, habe ich. Alter! Hä? Von hinten schießt der! Bastard! Oh Gott! Ach, da ist man aufgegangen! Gut! Okay! Alter Schwede! Alter! Ich sehe gar... Achso! Falsche Seite! Hier wollte ich jetzt gerade noch gar nicht hin! Ich wollte erstmal hier hinten ein bisschen auslooten! Klingt rein zufällig genauso wie aus Bluten! Klingt rein zufällig genauso wie aus Bluten! Ist doch das, was meiner Gefühlslage gerade am ähnlichsten kommt! Am ehesten kommt! Ich verstehe nicht, ob das... Na gut! Es wird wahrscheinlich wirklich so sein, dass man mit dieser, ähm, ähm... Krak-Kra-Kratis, also diese Dinger, die man sich kaufen kann, aufsichtig nur Munition bekommt! Ist natürlich Bullshit! Weil das, was man am ehesten braucht, ist natürlich eigentlich Leben! Aber scheinbar ist das Spiel Support bei... Ja, Leben kann man nicht kaufen! Genauso wie die Liebe! Aber wobei, Liebe kann man sich ja mittlerweile kaufen! Ist ja legalisiert worden! So, hier war ich überall schon! Hier waren diese Viecher! Ja, dankeschön! Äh, wo muss ich jetzt noch überall hin? Ähm... Na gut! Gut, gehen wir mal hier weiter... Aha! Gelbe Karte haben wir! Oh, wir haben alle Karten! Sehr schön! Hä? Waren wir schon? Ach! Hier sind wir jetzt... Achso, nicht da! Ach du Karte! Nein, nein, nein! Bitch, please! Goddammit! Alter, langdam! Holy moly! Er ist aber gut hier! Oh, Alter! Ist das jetzt hier was Persönliches oder was? Boah! Es ist was Persönliches! Ach Leute! Geht weiter! Ähm... Wo geht jetzt hier weiter? Ist das ein Schalter? Ne, gibt's hier nicht! Na gut! Okay! Dann gehen wir runter! Aha! Oh! Danke! Ah! Okay! 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 Komm, komm, komm! Gut! Machen wir anders! Machen wir anders! Also! Hier geht man runter! Dann müsste man hier hinten irgendwo rauskommen! Ach! Hier ist auch ein Raum! Okay! Okay! Machen wir doch! Äh... Das war grad sinnfrei! Ne, irgendwas anders machen! Also! Wir gehen hier mit runter! Gehen hier raus! Und wieder rein! Und gehen wieder hoch! Aha! Der älteste Doom Trick der Welt! Das ist einer von vielen Trick, die man mit diesem Zeitgestalten, äh... Fahrstuhl machen kann! So! Da muss man nur aufpassen, dass man nicht drückt, während man drauf ist! Fuck! Biss! Ne? Geht's! Scheitert! Alter, was geht hier los? Me! Oh! Ich denke, du bist einfach hier... Ich hoffe nicht mehr. ... ... ... ... Gott, wie macht das mit dem Ding an? Okay, also... Nee, braucht keine Munition. Danke. Ich habe meine Aktionen, alle weg, alle weg. Holy moly! Oh, Exit! So, uns fehlt noch ein Sekund und ein Monster. Hey, ist er denn? Ach komm! Ah! Ah! Geht doch! So! Hätten wir! Gut! Doch, würde ich mal sagen, schau mit fallen! So! So! So!